hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der legend of zelda alle betrieben und wir werden jetzt hier einfach mal im fluss weiter schwimmen und zum letzten talisman oder was auch immer es ist schwimmen so dem wollen wir natürlich nicht in die quere kommen auch mal hier hier ist auch noch einer du hast einfach mal gefunden bringe es so das machen wir natürlich später letzte folge haben wir so ein süßes ding schon gefunden und haben bis zu mama mama gebracht mama mama sowie ist auch noch eins so haben wir schon drei also geht doch wohl recht schnell so hier kommt man runter aber hier war noch was genau du hast eine flaschenpost gefunden flasche es ist ein brief darin mein fuß ist verstaucht mein moral am boden ich weiß ich weiß nicht einmal mehr wie lange ich schon hier verstecke hätte ich doch nur an herastom kehrt gemacht er wäre nicht noch weiter gedrungen ist das mein ende ich wünsche ich könnte noch einmal vollmilch trinken und wenn es nur ein schluck ist doch die milchbau ist so fern von hier ja aber wer hat das geschrieben werde ich wahrscheinlich nie herausfinden doch irgendwann werde ich es natürlich herausfinden aber nicht jetzt und wie es scheint müssen wir einmal auch vollmilch bei der milchbau holen werden wir später noch machen müsst ihr mich wahrscheinlich daran erinnern weil ich das in zehn minuten eh vergessen habe so denn hier hoch hallo okay hier müssen wir da habe ich den doch so ja hätten wir gleich so machen können aber haus des windes ja wer weiß wie gefährlich dass sie wieder wird machen wir auch mal klick klick okay ich brauche das ding also um hier drinnen weiter kommen zu können na gut mal schauen was uns hier vor rüssel noch überraschen werden so da oben müssen knapp wie komme ich da hin i don't know i don't know erstmal überall umschauen hier kann ich was anzünden ich mache mal das da unten dann haben wir hier in der kiste okay so und hier haben wir nur 20 kopien okay ich dachte ich bekomme jetzt irgendwie ein schlüssel oder oder auch noch bündchen und hier geht es weiter okay was haben wir hier schönes okay das hört auf und hört irgendwo und irgendwo anders als wahrscheinlich wieder angefangen kann man aber hier noch ein monster herz ja kranke werde ich wahrscheinlich nie benutzen ich bin mir sicher ah siehst du guck mal so hier ist nix okay dann gehe ich hier mal wieder bei kann man da kann man nicht ich dachte ich kann das irgendwie eine etage höher die meine an okay so soviel dazu muss ich jetzt hier rum gucken was wir nachgucken was wir jetzt hier finden ach der scheiße so war es wieder und die okay ich darf sie nicht berühren oder was ist hier los ich habe keine ahnung ah okay mit dem wind kann ich sie kann ich das feuer ausmachen ach so jetzt machst du mein kleiner so war es das hat sich ja nicht okay ich dachte ich stein tour die statuen werden jetzt hier noch die stein statuen werden jetzt hier noch zu bleiben der wacht leben erweckt so okay dann haben wir einen kleinen schlüssel ja ja so und der kommt hier hinten hin ah ja okay so erstmal oh ein kompost okay da unten ist noch ein schatz werden wir uns natürlich ah warte mal hier geht es ja noch weiter wo kommen wir hier hin kann ich hier überhaupt lang nein kann ich nicht okay wie machen wir das muss also irgendwie wieder rüber glaube ich ah oder auch nicht wow oder vielleicht doch ne hier geht es nicht weiter steinchen kommt zurück oh okay wie mache ich das jetzt wie mache ich das jetzt also ich muss irgendwie hoch ich gehe so noch mal hier hoch oder ah nein ah nein uh ich habe es trotzdem darauf geschafft gut die sterben so ähm da unten ist noch eine kiste da ne hier würde ich runter fallen menno sprechen nicht mehr weiter muss irgendwie darüber kommen das bringt man glaube ich nicht ach so warte mal strottel ah shit also kannst schweben ok nehmen ok komm ich hier oben hin da ist auch noch so ein ding Ja gut, machen wir mal Mal gucken, womit das hier hinfügt Ah ja, hier rüber, okay Ah Das ist neu Okay, dann bin ich hier Oh, okay Aber, achso, hier kann ich nicht runterfallen Oh, hier kann ich runterfallen Nichtsdestotrotz muss ich hier hinten nochmal rein Äh, nee, das war falsch, oder? Wusste gar nicht, dass ich auch schief reingehen kann So 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 Nee, das ist falsch Was habe ich übersehen? Irgendwas entscheidendes habe ich übersehen Ich habe keine Ahnung Autsch Tja Da flog der Robin Shit Das war nicht geplant Haaah Wenn ich Ich versuch's einfach mal Und hier komme ich nicht weiter Ist doch Shit Ich muss da irgendwie noch rüberkommen Aber ich habe keine Ahnung wie Wenn ich da oben Ankommen würde, aber Also raufkommen würde Mir bleibt sonst gleich Nix anderes Ah Ah Nein Mach doch kein Scheiß Da denke ich, ich habe die Lösung und dann sowas Warum ich jetzt hier hinkomme Hier war ich doch schon Okay, dann werden wir erstmal Eine Etage höher fliegen Mal schauen, ob ich hier irgendwas Finde, um unten irgendwas Machen zu können Fliegen überall So eine Fledermäuse Äh Nein Also hier scheine ich wohl nicht vorbeizukommen, oder was? Ah Mist Ich dachte, ich kann dann einfach durchlaufen Aber nein Anscheinend Nicht So, wo fall ich hier hin? Erdgeschoss Hier war ich schon Okay Dann nochmal so Wie komme ich Ah So Hier ist ein Dings Ein Schlüssel Aber wie komme ich zu dem Schlüssel hin? Ach Mach keinen Scheiß Wie komme ich denn jetzt in den Schlüssel hin? Von da drüben Warte mal Erstmal Dinge hier nach kaputt machen Sau Äh Achso So Wie komme ich da jetzt ruf? Mhm Irgendwie muss ich da doch Ah, hier Oder auch nicht Mensch Was ist denn das? Kommen wir überhaupt nicht weiter Ja Ja Das hat Mir jetzt total geholfen Einmal im Kreis zu laufen Ah Leute Ah Wie mache ich das denn jetzt bitte? Da ist ein Schlüssel Wie kriege ich den Schlüssel? Habe ich irgendwas? Kann ich ihn runterschießen? Mal gucken Ich glaube zwar nicht Aber Versuch ist es wert Nein Ich kann ihn nicht runterschießen So Was habe ich noch? Bumerang vielleicht Nö Bumerang auch nicht Achso Ihr versteht meine Idee, oder? Ja So Was ist das? Greif Gegner mit einem Flammsorger Ja Das brauche ich jetzt nicht End der Haken Vielleicht Auch nicht Okay Hier brauche ich wieder meinen Meinen Tornadostab Genau So Wie komme ich hier sonst hin? Von da unten Also ich muss eine Etage Tiefe Oder So tief Nö Hinten war ich ja auch noch nicht Äh Muss ich jetzt hier runter? Ich will da nicht runter So sind zu viele Ratten Ach Komm schon Echt jetzt Und ich suche mir da schon Lang einen Weg Wie ich da jetzt rüberkomme So 100 Rubine Natürlich sind es nur 100 Rubine Und hier ist nichts weiter Bin die blöde Kiste Wuhu So So Okay ich komme an den nicht mal ran Ich habe keine Ahnung Wie ich jetzt weiterkomme Also da oben Wisst ihr? Wie komme ich jetzt eigentlich nochmal hoch? Äh Irgendwie laufe ich gerade nur im Kreis Ich glaube ich muss da oben hoch Oder? Mach ich das mal so So Und so Erst bin ich platt gedrückt Nee Wie war denn das? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ah ja genau So So Und so Ähm Und dann So Ja genau Und jetzt müsste ich hier irgendwie weiterkommen können Wenn ich hier nur runterfallen könnte Aber das kann ich nicht Ah den Knopf habe ich ja schon gedrückt Passiert auch nichts weiter Ich habe keine Ahnung Wie ich da jetzt Fertabend nochmal rüberkommen soll Oh Hier geht es auch nicht weiter Ah vielleicht sollte ich hier mal weitergehen Ich Idiot Ich habe gerade die Tür die ganze Zeit übersehen Okay Ja Dann komme ich auch schon hier oben Wow Was? Okay Okay Das habe ich nicht gesehen Holen wir uns erstmal nur den Schlüssel So Du hast ja kleinen Schlüssel erhalten Damit kannst du eine verlorende Tür öffnen Yay So Und wie es scheint Komme ich hier Ja Aber ich wollte X drücken Hat wohl nicht geklappt Okay Da komme ich noch nicht weiter Also hier ist wirklich nur um den Schlüssel zu bekommen Da komme ich auch noch nicht rüber Können wir mal gucken Ob ich hier irgendwie rüber komme Nein kann ich nicht Gut Dann heißt es wieder zurück Ah hier ist noch ein Tor Ähm Hier ist normalerweise eine Kiste Okay Okay Na Aha Okay Da ist die Kiste Habe ich jetzt einen großen Schlüssel gleich bekommen Na Geht ihr wohl weg Ja Den großen Schlüssel Supi Und ganz schnell raus So Das hätten wir Und ich würde sagen Liebe Leute Wir machen erstmal eine kurze Pause Und in der nächsten Folge Machen wir dann weiter Bis zum nächsten Mal Tschüss.